Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer 100 Baby Challenge mit unserer lieben Jamila Kuna, hier mit unserem jüngsten Toddler. Wir haben noch zwei Babys im letzten Part bekommen, die Leni und den Leander und ich würde sagen, ich brabbel nicht zu lange rum, sondern wir starten gleich in Folge 63. Und da höre ich schon unsere kleinen Kinder schreien, die Leni ist unzufrieden mit ihrem Leben, dann nimm sie doch mal bitte an die Brust, wahrscheinlich hat sie Hunger. Es ist Sonntag, 16.39 Uhr. Unsere Kinder sind traurig und brauchen ein bisschen Spaß und da habe ich mir gedacht, der Ian macht mal einen Ausflug mit den Kindern. Ich gucke nur noch mal schnell, ja der braucht noch einen Levelaufstieg, sonst kann der nicht älter werden, das heißt wir reisen mal. So, wo gehen wir denn hin? Es ist schönes Wetter. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin auf den Kinderspielplatz und er nimmt alle seine Geschwister mit. Den Kenny, also die, die im Haus sind, die Jada, den Joel und die Josie. Jamila bleibt bei den Babys. Ja gut, dann können wir vielleicht noch den Gary, den Gabriel und die Hannah mitnehmen. Ja, dann machen wir das doch so. So, da sind sie alle. Und dann schauen wir mal, was ihr zusammen machen könnt. Vielleicht könnt ihr hier gemeinsam an dieser Wasserrutsche rutschen, oder? Genau, das könnt ihr doch mal gemeinsam machen. Und da setzen sie sich schon in Bewegung. Außer unser kleiner Kenny. Was ist denn mit dir, Kenny? Oh Gott, der ist müde. Naja, der wird schon kommen. Vielleicht kriegen sie da ein bisschen Spaß. Oje, oje, die weinen und jammern. Plaudern. So, gibt es jetzt hier einen, der mal rutscht? Jawohl, juhu. Machen die anderen auch mit? Jawohl. Oje, oje, o, 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 Josie, hast du dir was getan? Gottes Willen, du arme Maus. Aber sie mag weitermachen. Und? Okay, das war schon besser, super. Aber es machen nicht alle mit. Hannah mag nicht. Denn wir nehmen jetzt mal unsere Kinder nur. Also Josies scheint das richtig Spaß zu machen. Und die anderen, die quatschen nur. Ja, die sind einfach viel zu traurig. Okay, sie möchte am Spieltisch bauen. Ich dachte, unser Ian kriegt vielleicht Spaß, äh, beziehungsweise Fitness, wenn der hier an der Wasserrutsche rutscht. Oh, 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 oh. Das musst du aber noch ein bisschen üben. Hast du dich verletzt? Zu klitschig. Aua, das gibt blaue Flecke. Dann probier's nochmal. Vielleicht ist es dann besser. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Unser kleiner Kenny möchte der Hannah zuschauen. Ja, sieht doch besser aus. Kann er, gewinnt er da Fähigkeiten, wenn er das macht? Nö. Aber vielleicht könntest du dich dann um deinen kleinen Bruder kümmern. Überprüf mal das kleine Kind. Bring ihm mal sprechen bei. Okay, er liebt ihn. Oh, willst du... Der will nicht umarmt werden. Was ist denn das? Okay, er will sprechen. Gut, dann soll er sprechen. Das gefällt ihm offensichtlich. Wechsle ihm mal die Windeln. Also, da geht die Erziehung nicht drauf. Was machen denn unsere anderen? Unsere Cheda, die lernt Motorik. Die ist im Piratenschiff. Unsere Josie benutzt die Toilette. Unsere Joel, wo ist der? Ah, der ist hier auch am Piratenschiff. Ja, und es ist 21.11 Uhr. Meine Güte, die Zeit, die vergeht immer so schnell. Dann gehen wir schnell wieder heim. So, unsere Kinder sind wieder da. Und unser Ian muss auf jeden Fall auf Toilette und schlafen gehen. Ich bringe die jetzt alle ins Bett. Und wir sehen uns morgen früh. Guten Morgen. Es ist 6.06 Uhr. Und unsere großen Kinder sind alle wach. Die sind immer noch total traurig. Aber die können sich hier alle mal was zum Essen nehmen. Jamila schläft noch. Die war in der Nacht wach. Aber nur ein bisschen. Denn unsere Kinder, unsere Babys haben sie gebraucht. Die werden übrigens heute zu Kleinkindern. Und heute gehen die Kinder wieder in die Schule. Und es ist Rabatttag. Das heißt, wir können heute mal was kaufen. Da können wir das in Anspruch nehmen. Es ist an. Und trotzdem steht hier einschalten. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Unser kleiner Kenny, der schläft auch noch. Geht's dem? Ja, der hat ziemlich dolle Hunger. Aber der muss erst mal ein bisschen schlafen, oder? Soll der erst mal was essen? Ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich da was raushole. Wenn die anderen sich Essen genommen haben. So, nimm dir mal hier ein Gericht. Ich habe was rausgeholt. So, Jeda muss in die Schule gehen. Super. Aber in einer Stunde erst. So, Josie, die sind immer noch so traurig. Hast du dir jetzt was zu essen genommen? Jetzt nimmt sie sich was. Okay. Für die Kinder ist der Rabatttag natürlich uninteressant. Ja, genau. Das ist wirklich nur für die Jamela. Da gucken wir mal, was wir Schönes noch kaufen können. Vielleicht eine Staffelei oder sowas. Sowas haben wir gar nicht im Haus. Unsere Jamela ist auch wach. Die kann hier vielleicht mal einschalten. Machen wir mal Hip-Hop an. Und vielleicht kann es dann auch wieder ausschalten, dass das dann nicht so spinnt. Genau. Und jetzt ausschalten. Oh, unsere Kinder sind wach und schreien. Schmutzige Windel wechseln. Und der kleine Mann hat bestimmt Hunger. Oh, was ist hier? Hier wird nichts angezeigt. Ich vermute, das ist der Schul-Mod. Ich weiß nicht, was ich jetzt geklickt habe. Oh, die müssen erst wieder im Herbst in die Schule. Um Gottes Willen. Das will ich doch gar nicht. Nein. Ian ist zur Schule gegangen. Aber die gehen auch zur Schule. Gott sei Dank. Okay. Also, dann muss ich diesen Mod rausschmeißen. Der stört sonst mein Spiel. Aber es ist wunderschön. Die sind alle in der Schule. Und die sollen mal aktiv am Unterricht teilnehmen. Und rein theoretisch müssten die dann alle, wenn das klappt, ein zur Schüler werden. Sie ist es ja schon. Und er auch. Denn die haben alles erreicht. Das wäre natürlich super toll, wenn das klappen würde. So, Kenny. Ich hatte dir aber gesagt, du sollst was essen. Geh dir mal was zum Essen nehmen. Ist das jetzt schon schlecht? Nein, oder? Nein. Jamila, kannst du mal hier noch aufräumen, bitte? Ach, so schon, oder? Und hier draußen sieht es auch aus. Da muss auch einiges aufgeräumt werden. Kenny hat Hunger. Kann der denn schon alleine Formen spielen? Jawohl. Dann kann der das dann machen. Denn der braucht, genau, der braucht noch die Fähigkeit Denken. Laufen kommt von sich aus. Rechtzeitig abgeben. Und du nimmst die Chance wahr. Und dann braucht man nur noch Kommunikation und Töpfchenfähigkeit. Ja, das kommt dann automatisch. Gut. Jamila wird angerufen. Oje, üble Sache. Josy ist krank. Mein Kind muss sorgfältig untersucht werden. So, und wir gehen mal in unseren Garten. Alles jeden gießen und so weiter. So, und unser kleiner Mann ist fertig mit Essen. Der kann jetzt mal formen. Und dann soll er aufs Töpfchen gehen. Ne, mach mal andersrum. Geh mal erst aufs Töpfchen. Mach dann mal formen. Und danach gehst du noch mal aufs Töpfchen. Jamila, warum stehst du so rum und tust nichts? Die Empathie von Joel reicht für den Erwerb des Merkmalz. Mit fühlend aus. Sehr schön. Gehst du jetzt mal in den Garten? Ja, jetzt. Oje, und unsere kleine Leni schreit. Alle beide. Gut, wir gehen nicht in den Garten. Ich würde sagen, wir werden die jetzt älter werden lassen. Denn wir haben ja dann auch noch Geburtstag von unseren Drillingen, denke ich. Wie sieht es da aus? Ja, könnte klappen. Könnte klappen. Muss aber auch nicht sein. Erst kurz davor. Vielleicht brauchen wir doch noch einen in den Schultag. So, Leni ist älter geworden und wir würfeln. Sie ist anhänglich. Oh, sie hat rote Haare. Schön. Herzlichen Glückwunsch, kleine Leni. Und die wird älter und ist sofort traurig. Und Leander ist älter geworden und er ist engelsgleich. Meine Güte, was haben wir nur für tolle Kinder. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt wieder das Haus voller Kleinkinder. Drei Stück an der Zahl. Gut. Und was ist mit den Mäusen? Da müssen wir jetzt mal gucken, weil die haben ja so geschrien. Braucht ihr denn was? Nö, denen geht es eigentlich ganz gut. Aber dann würde ich sagen, Jamila, bring die doch mal bitte aufs Töpfchen. Bring den mal bei, aufs Töpfchen zu gehen. Und dem kleinen Leander bringst du das bitte auch noch bei. Und es gab wieder Geschenke zum Geburtstag. Geburtstag, sehr schön. Viele, viele. Oh, Rechnungen sind gekommen. So, und wie sieht das jetzt beim Kenny aus? Kenny? Ja, der muss noch ein bisschen Denken üben. Dann macht der hier gleich mal weiter. Formen. Jada hat Level 4 der Kreativitätsfähigkeit erreicht. Nur unser Ian kommt nicht vorwärts. Kann der vielleicht in der Schule irgendwas noch lernen? Nein. Ian ist fertig mit der Schule. Aber Ian, du musst da mal ein bisschen trainieren. Geh erst mal duschen. Das ist zwar nicht sehr gewinnbringend, aber damit du nicht so stinkst. Und dann machen wir hier ein bisschen Training. So, unsere kleine Leni ist fertig. Die hat aber Hunger. Müssen wir mal Essen rausholen. Nimm dir mal bitte ein Gericht. Und Jamila, du solltest aber eigentlich dein kleines Söhnchen aufs Töpfchen setzen. So, Leni hat die Fantasiefähigkeit erworben und Jada Level 5 der Motorikfähigkeit. Gute Noten. Jada ist die, ist eine Einzelgrundschülerin. Josie hat sowieso die Eins. Und Joel hat eine Zwei. Das heißt, wir können doch noch keinen Geburtstag feiern, weil unser Joel keine Eins in der Schule hat. Nein, er ist noch Zweier-Oberschüler. Dann musst du, Zweier-Grundschüler, dann musst du Hausaufgaben mal mit links erledigen. Und ich habe immer noch das Problem, dass der Ian keine Hausaufgaben machen kann. Braucht er erst die Fähigkeiten, um dann Hausaufgaben zu machen? Das wäre jetzt noch eine Variante, die ich mir vorstellen kann. Das schauen wir mal. Also, unser Ian ist ein bisschen unser Sorgenkind. Der ist immer noch Zweier-Oberschüler, aber die Leistungen gehen immer weiter zurück. Und er kann keine Hausaufgaben machen. Ich werde mal sehen, wenn er dann Stufe 3 einer Fähigkeit erreicht hat, ob er dann die Hausaufgaben weitermachen kann oder nicht. Aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und ich denke und hoffe, wir sehen uns nächste Woche am Sonntag wieder. Tschüss und ciao! Tschüss!